Das Evangelium, das ich weg schreibe, ist in Lukas Kapitel 12, Vers 13, Vers 21. Dann hat Jesus das Beispiel vertelt. Ah, ich weiß auch. Aber Gott hat ihm gesagt, Jesus hat Schluss gemacht. So passiert mit dir, was Riechtum sammelt, bloß er sich allein. Aber der Gott sonst nicht riecht. Berti ist dein Bibeltext. Das ist dein Weg. Das ist dein Weg. Untertitelung des ZDF, 2020